Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWenno19 und wir setzen sich an meiner Seite der großartige John und wir sind, ja, Quelle und Co. lässt uns nicht los, du hast den Vorteil, du bist bei Atari Mania, du kannst sagen welcher, ich weiß nicht ob das jetzt von Neckermann ist oder Otto Versand, wer dieses Ding gemacht hat, das ist also, ich sag mal, Fishing Derby, glaube ich so heißt die Activision Original Nummer. Im Prinzip ist das wahrscheinlich gleich das gleiche Game, die haben einfach nur ein deutsches Label drauf gemacht, mit dem tollen Titel Angeln 1. Es gab kein Angeln 2, bevor ihr fragt. Also, das war wahrscheinlich als Trilogie geplant, aber da wurde nichts. Ich zeig euch das mal, du kannst ja mal gucken, was das wieder für geile Titel hat, ich glaube da ist auch wieder, da waren sie wieder sehr kreativ. Das hält sich in Grenzen, aber ich denke mal, so im dritten Teil werden die Fischen dann wieder auferstanden, oder? Zur guten Seite der Macht gewechselt. Eins von beiden. Auf jeden Fall, mir ist jetzt der Publisher aufgefallen. Der Publisher? Der Publisher, ja. Da steht nur Taiwan. Achso, ja, ja, das ist klar. Und, äh, programmiert wurde das Original von einem gar nicht mal so Unbekannten, äh, wer Pitfall liebt, der wird diesen Typen verehren und vergöttern und ihm sein ganzes Geld schenken. Also, David Crane. Richtig. Richtig. Die Chefs war zwar sein Erstlingswerk, was halt in Vergessenheit geraten sollte, oder, keine Ahnung. Das ist, das ist ja ganz okay, aber, wie schade, ich, also ich bleib dabei, das wird eins zu eins der, zum, zum Activision Pendant sein, das werden die einfach umgelabelt haben. Ich hab nur die Farbe des Wassers geändert. Aber das Ding hat doch bestimmt, komm, jetzt hau doch mal raus, das Ding hat doch bestimmt irgendwie auch wieder so geile Titel, oder? Ja, das hat so ein paar interessante Titel, wie zum Beispiel Fishing. Und dann, äh, es kommt natürlich der brasilianische Titel dazu, aber mein Bruder freut sich wieder darüber, wenn er sich das mal irgendwann anschauen könnte. Desafio de Pescadoris, was ungefähr so die Herausforderung der Angler bedeutet. Okay. Apropos Angler, es gibt auch den Titel Angling. Ja. So, Fishing Derby, der Originaltitel. Ähm, okay. Man merkt, ich bin auch nicht ganz fit heute. Fishing Derby mit U geschrieben. Okay. Dann Pescaria, wahrscheinlich auch der italienische Titel. Ähm, Fishing Derby mit U und mit I. Ja, das wird interessant. Und, äh, schließlich noch, äh, der eigentliche originaldeutsche Titel, Fishing Derby schneller als der Hai. Ja, ich glaube, ich glaube, das waren die Titel, glaube ich, die, also, Areola hatte, wenn ich das richtig weiß, also, die Hardcore-Leute, die das wissen, die wissen das noch viel besser, äh, hatte, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, die Activision-Titel und ich glaube auch ein paar von Imagic auch nochmal rausgebracht. Was heißt rausgebracht? Oder was heißt rausgebracht, sondern einfach gepublished. Also, auch wieder nur deutsches Label drauf und kannst mich mal. Und gut ist, ja. Und, äh, die hatten, glaube ich, diese ganzen Titel. Die sind auch völlig großartig, aber die haben hauptsächlich, das, das sind dann wirklich die originalen Activision-Titel. Und da ich, das habe ich jetzt hier rausgenommen, bevor jetzt irgendeiner sagt, warum kommt das nicht? Weil, wie gesagt, ich sowieso nochmal alle Activision-Sachen zeigen will und dann wäre das wirklich doppelt, weil die sind total identisch. Und ich glaube auch, das ist hier wirklich Fishing Derby, so wie ich es kenne, weil dazu läuft, also für einen Klon läuft das einfach viel zu, viel zu stabil. Ist aber, kann ich euch sagen, ist aber tatsächlich die ROM, ne, ihr wisst, eine italienische Datei, äh, ist tatsächlich Angeln 1. Oh, jetzt habe ich vor, oh, 99, oh, man muss 99 erreichen, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, das war Angeln 1, also geht in Ordnung, ne, ihr werft eure Route ins Meer und versucht, was Kleines zu fangen. Äh, habe ich gut ausgedrückt, ne? Außen gesetzt, ihr habt noch was Großes. Ja, ihr habt den entsprechenden Köder, steht denn? Versteht ihr? Versteht ihr? Manchmal kommt es auf die Schlinge an. Wilkinson, auf die Schlinge kommt es an. Ja, gut, aber übergebracht, Angeln 1 ist halt Fishing Derby, ist okay, kann man mit zufrieden sein, ist jetzt, wie schon gesagt, wenn wir zum Activision-Special irgendwann kommen, dann, dann kommen die sowieso alle dran. Und das Ding geht in Ordnung und ich gehe davon aus, die haben einfach nur das Label getauscht. Also, das ist zu einfach. Ich kann mir sogar vorstellen, wie das passiert ist. Das Label ist beim Original, warum auch immer, von alleine abgefallen. Da haben sie irgendeins drauf geklatscht. Das wäre ja, wäre ja fast Betrug. Mit CH. Ja. Genauso wie bei Family Guy die Schlachsahne. So, ich würde sagen, dann setzen wir hier einen Cut und dann geht es gleich mit, ich glaube, Boxen weiter. Ich bin gespannt. Auch das ist mit Sicherheit das Activision-Ding. So, bis gleich. Jo.